das letzte siegel vielleicht bist du kein obdachloses hähnchen mehr naja du hast so oder so obdachloses hähnchen nur dann hast du endlich mal ein eigenes zimmer aber auch wenn du ein eigenes zimmer hast ich finde es halt schade dass man nicht eine projektionsdings das müssen die unbedingt noch einbauen wie viele sind wir also alter was schon wieder 14 jeder kampf ist mittlerweile mit 14 leuten was ich gut finde ich würde auch gerne mal sie wieder hier spielen na wenn es sich erhöht tue ich wieder die beiden tue ich die beiden rein auf jeden fall noch aber ansonsten bin ich mit dem team hier komplett zufrieden und ich denke mal es wird vielleicht sogar bei 14 leuten bleiben die beiden Untertitelung. BR 2018 Jetzt muss ich noch gucken, ob die auch gut positioniert sind. Wir haben hier zum Beispiel drei Schwertkämpfer, bitte. Hier gar keinen. Ich brauche unbedingt noch Axt und Lanze. Eine Axt haben wir, aber wir haben einfach viel zu viele Schwertkämpfer. Goldmarie zieht sich nicht wirklich zu Schwert, weil sie ja in eine Drachengestalt sich verwandeln kann mit dem Emblem, den ich ihr gegeben habe. So, was habt ihr zu viel? Ihr habt zu viele Magier, ne? Komm, dann tue ich Vale da rein. Denn Vale passt ziemlich gut zu uns. So, aber was mache ich, wenn wir durch sind? Und das schaffen wir bestimmt locker heute. Und wir haben immerhin noch, wir haben 17.20 Uhr. Ja, wir haben noch sehr viel Zeit. Ich glaube, wir spielen an Theadrysum. Weil ich es gestern nicht spielen konnte. Hinter uns sind Gegner. Ach, wir müssen... Das sind nicht hinter uns. Die sind auf dem Weg. Die müssen hier lang. Und wir haben sehr viele Türen auf dem Weg. Alter, alter. Natürlich nehme ich Ed hier erst mal. Bündnisplus. Emblem, Etanity. Oh nein. Hast du also jetzt schon Rangsteigerung gemacht? So, jetzt hat... Jetzt hat er ein Leben mehr. Ich finde das cool, dass man es machen kann. Aber man kann es nur auf einen machen. Aber man kann es beim nächsten Mal, wenn man es noch mal zu der Drachengestalt wird, kann man es ja noch mal machen. Aber dann geht das bei jemand anderem weg. Also man kann es nur machen, wenn... Wenn auch dieses Extra-Leben weg ist. Alles klar. Das ist ja ... Es ist ja ... Das ist ja toll. Also werden wir weiterentwickeln, wenn man es nicht mehr geht. Also ... ... ... ... ... ... Kachel-Formation! 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 Äh, was? Oh ne, sag mir nicht, dass man jetzt so ein Randziehstab! Ja! Ach du heilige Scheiße Was ist denn hier Versammlung Auch da ist schon eine Versammlung Was ist das? Wir werden Wölfe gejagt. Ich bin der Wölfe gejagt. 5 Windhosen, was? Ah, das ist nicht gut! Das ist gar nicht gut! Nee! EXCALIBUR! Apropos Excalibur, diese Woche startet doch... ...das Spin-Off von Konosuba. Und so viel ich weiß, hat Crunchyroll die Rechte. Dann bin ich mal gespannt, ob sie auch alles holen. Also alles noch nachholen. Ich hatte nämlich schon Angst, dass es auf Ani-Wurse landet. Oh nein! Mit der kann ich gar nicht sofort crashen, wie ich will. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Spin hat nachgelassen. Wie war sonst immer ein One-Hit-Wonder? Oh! Das war'n Backer. Das war die Große. Wir sind sehr stark geworden. Oh nein! Oh nein! Hätten wir schon längst machen würden. Was? Daneben? Die trifft nicht mehr. Was ist das? So und jetzt? Beschwörung? Ah, ein Schafkürze. Wee, da hat die Kredits. Was ist das? Okay. Oh ne, Palle ist ja böse. Und der hat nen Kopf unterm Dach. Und der hat nen Kopf unterm Dach. Und der hat nen Kopf unterm Dach. Der ist so n Köder. Und der hat nen Kopf unterm Dach. Und der hat nen Kopf unterm Dach. Und der hat nen Kopf unterm Dach. Ich hätte am liebsten gern die gleichen Funktionen wie im Gästezimmer. Das wär geil. Ich komm hier gar nicht voran. So, jetzt ist die andere Seite dran. Mal sehen, der ist fast tot. Wieso weichen die aus? Warum trifft die nicht mehr? Was ist denn falsch mit ihr? Wieso? Ja. Jetzt ist die nächste Treffer-Chance. Trifft ja gar nicht. dann vergiss es jetzt reden ich tausche dich aus wenn du nichts mehr triffst doch auf haust wir müssen den den bogen heini bekommen also umnieten das kann ich mit meinen flugeinheiten da gar nichts machen es gibt zwei bogen einheiten und auch 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 Das war's für heute. Was ist das? Die verzerrte Lumera nutzt die Kraft des Dämonen-Drachensiegels, um mächtige Angriffe zu entfesseln. Eine Warnung zeigt die Reichweite des Strahls an. Bewege deine Einheiten aus dem Gefahrenbereich, um großen Schaden zu vermeiden. Nein, nicht einfrieren! Willst du mich verarschen? Nein, nein, nein. Nein, die kesseln mich auch noch ein. Die kämpfen intelligent. Oh Gott. Meren macht aber auch nicht viel Schaden. So. 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 Was ist die Indien? Ich kann euch nicht mehr essen, oder? Ich muss den Weg abnehmen. Wenn du den Weg hast, danningelungen. Das ist dann so. Das ist der Weg, der ich, diegültige, die ich nicht mehr zu machen. Der Weg ist es, wenigstens. Das ist ja nicht so. 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 Ich will das nicht auf. Das war's für heute. Das ist ja nix. BAM 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 Dieses große Monster da hinten greift mich an Aber nicht Na gut, der schreift mich trotzdem an Oder zwei Leben BAM 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 B Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. 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 Ich mach vorsichtshalber Bündnis. Ich mach mich. Das war's für heute. Ich mach mich. Ich mach mich. Ich mach mich. Ich mach mich. Nice. Wo ist denn das Bett jetzt so schnell her? Ich mach mich. Ich mach mich. Ich mach mich. Ich mach mich. Wenn du ein bestimmtes Bett oder so brauchst. Sag bescheid. Ich mach mich. 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 Ich mach mich.